Herzlich willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Meinung. Lasst deshalb erstmal einen Daumen nach oben da, wenn ihr das bei YouTube hört oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Wir sprechen heute über den Sieger der letzten UFC-Fightner, Jiri Prohaska, denn der ist jetzt in den offiziellen UFC-Rankings die Nummer 2 im UFC-Light Heavyweight. Alexander Rakisch ist runtergerutscht auf Platz 3. Und das ist doch eine sehr spannende Thematik, da wir uns natürlich nur die Frage stellen, hat sich Jiri Prohaska vor Alexander Rakisch einen Titelfight verdient oder nicht? Und deshalb müssen wir da einige Fakten betrachten. Punkt 1. Alexander Rakisch hat nun sieben Kämpfe in der UFC, sechs davon hat er gewonnen und eine Niederlage gegen Volkan Özdemir war eine hauchdünne Split-Decision, die er verloren hat. Viele, auch ich, denken, Rakisch hätte diesen Fight eigentlich gewonnen. Wie gesagt, Split-Decision-Niederlage ist immer sehr, sehr knapp und man hätte genauso gut Rakisch diesen Sieg geben können. Das heißt, sechs Siege, eine Niederlage in sieben Fights ist beeindruckend. Jiri Prohaska auf der anderen Seite, der hat nur zwei Siege. Einmal gegen Volkan Özdemir und einmal eben gegen Dominic Reyes, aber beide Siege auf eine beeindruckende Art und Weise. Das heißt, Özdemir hat er ausgenockt und Dominic Reyes, das hatten wir in der Sonntagsepisode mit einem Spinning Elbow, brutal ausgenockt. Bedeutet, rein von der Spektakularität sehe ich persönlich Jiri Prohaska vorne und genau deshalb denke ich, dass er auch diesen Titelkampf bekommen wird. Wenn ich aber jetzt rein von der Leistung her gehe und schaue, wen hat Prohaska besiegt und wen hat Rakisch besiegt, dann sehe ich Alexander Rakisch vorne. Wir haben Rakisch, der gegen Jimmy Manuel gewonnen hat, durch einen sehr, sehr geilen Headkick. Er hat gegen Anthony Smith gewonnen und gegen Thiago Santos gewonnen. Aber viele haben ihn für diese Siegel gegen Anthony Smith und Thiago Santos kritisiert. Viele haben gesagt, hey, das war unspektakulär, so bekommst du keinen Titelfight. Und ich persönlich habe das anders gesehen. Ich persönlich habe das eher als Vorteil gesehen. Wir haben Alexander Rakisch sehr, sehr gut überall gesehen. Das heißt, ein sehr gutes Ground-Game, Stand überall. Overall war er ein guter Kämpfer. Prohaska, bei dem haben wir gesehen, der wird oft getroffen, aber er kann seine Gegner auch ausknocken. Dementsprechend ist es nun folgendermaßen. Im September kämpft Glover Teixeira gegen den Champion Jan Blachowicz. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Zwischenzeit Alexander Rakisch gegen Yuri Prohaska sehen. Ich würde mir nicht wünschen, dass beide sagen, sie setzen die Situation aus und warten auf einen Titelfight, denn einer von beiden wird leer ausgehen, sei es nun Rakisch oder Prohaska. Natürlich muss man auch dazu sagen, ist es nicht unbedingt so klug, beide gegeneinander kämpfen zu lassen, weil die UFC in beiden europäische Stars sind. Sowohl in Rakisch als auch Prohaska. Aber wenn es wirklich darum geht, wer hat den nächsten Titelfight verdient, dann gibt es entweder den Fight zwischen den beiden oder Alexander Rakisch. Prohaska ist zwar ein Rising Star, eine tolle Ausstrahlung, diese Frisur einzigartig, toller Kampfstil, vor allem für das Light Heavyweight. Aber Rakisch hat in der UFC definitiv mehr geleistet und hat auch schon mehr gezeigt. Und da bin ich auf eure Meinung gespannt. Rakisch oder Prohaska, wer soll es bekommen? Schreibt es mir unten rein, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Folgt WeLoveMMA bei Instagram und damit bis zur nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.